Das ist der Stock, in dem meine Bienen wohnen. Der steht in diesem Gemeinschaftsgarten. Ist eigentlich für alle Bewohner da, aber eigentlich nutzt den hier wirklich jemand. Deswegen lassen nämlich auch meine Bienen da drin halten. Also hauptsächlich, weil die nicht wirklich da sind. Sieht man ja. Diese Bienenstöcke, die sind normalerweise laut. Und Bienen, die halten nie still. Das sieht wild aus und verrückt und durcheinander. Aber eigentlich ist es das Gegenteil. Jede Biene weiß von Geburt an ganz genau, was sie zu tun hat. Jede Biene weiß, wo ihr Platz auf der Welt ist.